ja die jahre leute mann herzlich willkommen in seiner weiteren aufnahme pvz zusammen mit markus und wir spielen wieder hier ein bisschen gartenkommando ja alles können ja ne eigentlich nur wenn Schatz hier sie töten wollen und weil wir es können ja und weil wir es können ja ok da kann man drüber reden ich gebe Deckung aus von der anderen Straßenseite das hört sich doch nach einem Plan an oder let's go Welle 1 the zombies are coming der raptor schon den ersten kill da den nächsten da den nächsten ja ja die ist schon verdammt geil da bohne abgesahnt alter wirft ja ein stein nach mir der hat ein stein nach mir geworfen alter geben wir mal hier der stein dann einfach 17 der mensch gemacht jetzt haben wir einfach stein aufgenommen und nach mir geworfen ja hab hier vor der 2 in der eigenschaft einfach den stein immer auf dich gegen werfen das stein kannst du mir so eh aufnehmen und dann so werfen ja ich muss ein paar soms mit einem mg modus töten das heißt das mache ich jetzt dann immer wieder wenn der mg modus bereit ist wenn ich meine mission hier auch nebenbei so ein bisschen voran bringe wenn wir hier auf der ewigen suche nach Schatziedi sind ja du auf der never ending street auf Schatziedi nein ich habe schon Schatziedi getötet ja aber die die Diamanten müssen vom Schatziedi hast du auch noch nicht ne siehst du zerstören die war es nochmal was neues was alter ja nie vielleicht noch nie hab mir heute schon dreimal oh Diamant so lange nicht wieder ein discus news text hm das war es mal nicht ne zwei helden schau 7000 kleine fans wusst z nicht da war es nicht gibt es nicht sehr gut hat mir auch noch nie also weil es sich wenn wir uns halt in seiner Dauerschleife Ne, wir finden uns eine Runde, wo wir noch nie gehabt haben. Ja, noch nie hatten wir so eine Runde. Au. Danke, dass der Typ mir von hinten deckt, aber klar. Hier werden einfach was eindrücken gerabt. Cool, super. Ja, der schießt nicht einmal, weißt du? Was, ich wurde wieder überlebt. Ja, kommt vorbei. Ich dachte, ich habe aussehen. Gut, dass der aufschießt, denn... Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Irgendwie immer nur so ganz kurze Pew, Pew. Ich habe dann nicht gecheckt, dass man festhalten muss. Sombors spieler Automat. Raha. Supergigantor. Ja, natürlich. Uh, uh, um, also neu ist die Klinik, uh, oh, und noch mit Supergeldalter. So, checkport. Checkport, alter. Checkport. so gleich noch mal bitte die Söße mit Diamanten er wolle klar ist er will und das nächste ist der alle drei auf einmal da ist auch schon unser netter Kumpel Draculat stand und erschießt weg damit nicht ich stehe Zambula aber ich bin auf einmal bei mir um am Dach und jetzt ist er wieder um am Dach Teleport sieht sich hier am Dach durch die Gegenwart des Dach irgendwie so sein Wohnort wäre was er das ist ja auch sonst Ottetz und er hat er wieder da unten auch noch kommt Pistitu Schwein ist woanders mich nicht jetzt Alter zwei Riesendinger aber ich habe den Grafen ziemlich gut eingeschenkt er ist halbt tot ich habe Grafenfeuer auf mir ich gebe den Grafen mit ein paar Headshots jetzt geht er in den Nahkampf vor sich Grafen im Angriffsmodus und weg ist er muss er hin irgendwo da drüben aufs Dach ist er hoch ich mache der laser position vom Dach aus ist ja richtig mies das ist hier ich mache den 3 oder wollte ich machen da jetzt ist der andere weg ist auch stewardern ein bisschen mit ja ich hab's gesehen und danach habe ich von hinten ein paar Headshots verpasst zweimal ganz viele nur Headshots das macht das macht boom 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 pow unser Garten ist einfach noch voll das ist doch geil nächste Welle nächster Glocke er ist bei Welle 8 nächstes Glück er da ist dann mega mega Pech wolltest du sagen Welle 8 was das Pech wäre wenn wir jetzt den Kriegen und die anderen töten ihn ja dann krieg ihn wahrscheinlich nicht ich ja sondern niemand von den anderen zwei ja ich töt ihn ja nicht ich bau ihn an aber ich töt ihn an ja kurz verschlossen musst du halt aufhören nur das Problem ist halt die anderen ne weil die Verweckenhoff nicht da vor allem ist es in dem Haus dort auf der Witz zu zweit ihn holen weil es noch geht muss er er hat er unendlich drei Stück kann zu wollen einsetzen ja aber hat er so mir auch nicht selbst in dem was sie mit tausend auf dem Team denn dann habe ich nicht mehr so viel habe ich nur noch 19 auf Millionen Eier da habe ich nur 19 oder so ich habe nie mehr einsetzen da vor dem ich werde die Karte in er noch nicht da 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 ja ich habe zu wenig live als agierend das hat auch so so pech die sind ja alle hier und einer hier drüben ich mache den einzelnen hier wird nämlich wahrscheinlich gleich richtig party sein bei mir sind zwei ist ja schwul bei dir sind drei ich habe einen einzelnen und ihr habt euch drei auf dem haufen ja und die sonneblume greift einfach sie verteidigt nicht den garten sie versucht ihn zu zerstören und ich habe endlich wieder die führung übernommen gegen diesen den schnapper ich habe ihn überholt pylonentrop es kann nämlich nur spezialwellen ja der Mann es ist die Lüge uns ein Arzt im Garten durchgebracht und zwei headshots gegeben und das tut auch da kommt ja noch nie gar nicht die wurde unten durchlaufen ich sehe ich ja von hier oben nicht so gut ich bin doch schon wieder ich im garden aber jetzt kommt der linkskreisverkehr aber irgendwie sind die Zombies während ihrer blöden Auer ich bekomme Schaden Animationen immer scheiße zu treffen deswegen mag ich diese Animationen nicht Diamantos oder 3 oder 3 da ist der fette hauptstraße das von elektrische ist kann man nicht auf den grad nur herr da erst an das er ist so denn um er noch etwas er nimmt er kommt ein garstein auch das mache ich direkt aber wenn ich nicht von der seite weg gepackt und da kommt auch der jete er kommt ein grafstein und ein riesenbild und ein yeti er ist nämlich auch schon hier ab und zu von hinten also meine Hauptbedenken ist der Yeti da Alter wie viel der einfach schluckt das ist unglaublich den teilt auch gut auszumachen ja eben meine ich ja ach so der teilt gut aus ja das auch aber nur wenn du nach einem namen bisschen weit weg bist dann macht der nix deswegen bleibe ich bei jedem auf abstand da kommt doch schon wieder ein grafstein hoch da kam doch schon wieder ein grafstein hoch marcus hinter dir sechs da kommt doch schon wieder ein nech 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 applique nech Achtung, dem hat jeder sein. Laserbeam. 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 Laserbeam, ja, Strahl. Oh, 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 oh. Ist grad was hier drin hässlich? Gott, üh, ist jetzt nicht. Oh, 17, 20, 17, wow. Boah. Noch diese Möchse, immer die die Landetinger übelstart. Okay. Ja, aber das Dachding ist eigentlich ganz easy, der das Bombenhaus. Ja. 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 Ja, Leute, ich würde sagen, war mal wieder eine coole Runde hier. Liefer ich wieder ganz gut, bis auf die Sache, dass wir mal wieder keinen Schatz hier die bekommen haben. Na ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hier wieder ein hübsches, oh, Zielkopf-Diamant-Seiten und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Sei wohl und ciao.